hallo hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen folge vor schön dass ihr wieder da seid schön dass ihr wieder da seid was machst du mit dem messer steckt leute 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 ich muss euch was zeigen ich habe ihren hut wieder gefunden da war plötzlich so ein haufen voller utensilien sagt voll komisch aus und da waren kleidung und schuhe und messer und den hut und dann habe ich ihr den hut wieder mitgebracht nach anfänglich schwierigkeiten was sieht nach der beleidigung aus oder genastik genastik empfiehung links und rechts und links und rechts das wird ja gerade aber ich muss dir noch eine sache zeigen die kürze sind so teuer mit schau das gras das ich gepflanzt hat wächst auf dem holz okay und unseren pferden gibt es fehlt eins nee das steht in dem man das schon mal frederic ist jetzt weg nein es ist noch da so heute möchte ich ja ganz viel crafting betreiben oh die sind ausgegangen ja die gehen geradeaus wir brauchen mehr so pizze die leuchten so schön ich habe asche gefunden ja ich konnte es aber jetzt neben ja ich brauche gar kein lagerfeuermann das ist hell genug so ja eigentlich schon vielleicht bei mir einigermaßen wenn ich den bildschirm hell stelle und die müssen wir wieder anzünden hast du die angezündet ja die habe ich wohl vergessen die habe ich nicht gesehen das ist voll hell so wie wie lampen ich verkehlen dann eh viel praktischer wieso? als das lagerfeuer ja das stimmt oh ich bin nun weg so genau ja ich habe ganz viel gekocht also ich habe deswegen hatte ich da drei lagerfeuer sehr gut sehr gut also in den kisten warum ist da jetzt gar nichts drin na gut hier ist jetzt was drin jede menge fleisch und pilze und was weiß ich alles sehr gut ja so ich werde heute mich mit crafting beschäftigen und zwar möchte ich schauen dass ich neue sachen kriege aha weil irgendwie muss es ja vorwärts gehen mhm so also wir haben ich habe schon seile hergestellt ich habe schon die lagerfeuer hergestellt ich habe noch nie farbe hergestellt das mache ich jetzt ich habe eine hergestellt das stimmt ich stelle jetzt pinke farbe her violette farbe dann haben wir hier wooden spike das stelle ich hier ach die stellt man auf ok gut ich will ja alles bauen deswegen stelle ich die jetzt auch hier mal auf so was haben wir noch dann hier was ist ein spoon das sieht aus wie ein löffel oder sonst ja ein spoon ist ein löffel dann stelle ich einen löffel her so ah ah ok black dye macht man aus blackberries dann dann braune farbe macht man aus dieser holzrinde dann machen wir das doch mal also wir stellen alles einfach mal so durch wo ist es da dann haben wir hier blackberries schlüssel dann braucht man irgendeinen hammer und eisen eisen ah und aus woodplub kann man paper machen also das sind dann die holzfaser ja also der wird super also vor allem da wird immer buschiger und das ist cool schau das ist quinoa ja ich habe jetzt auch gesehen spinat und so ich glaube ich ist nicht zum essen gedacht sondern zu also zumindest aktuell sondern für farbe ach so gar nicht zum essen ja ich weiß nicht der wald ist ja auch gras ich bin mal gespannt wie der noch so wachsen wird wo der ist ja übelst dicht weil die ja so ineinander wachsen du kannst dich auch jederzeit da also bäume und so weiter und auch der rest bedienen nur halt wirklich nicht alles dann abbauen damit ich noch Samen rauskriege ja klar ja was ich mich ach so du kannst die Samen abbauen oder was ja ohne dass der Baum fällt oder nee hä nee also dann kann ich ihn ja auch verheben ja beim baum ist es egal aber jetzt zum beispiel bei den Kartoffeln oder bei den Karotten ach so die kannst du entweder ernten oder du kannst sie kaputt hauen und dann kriegst du Samen ach so ja gut und wenn du sie natürlich alle erntest dann hast du keine Samen mehr ja das ist wahr ja das war so blöd wie kann man eigentlich auf Ecosicht umstellen ja ich glaub C C? ja oh Gott ah ich wollte zum Pflanzen wäre das glaub ich gar nicht so schlecht da Spinatsamen so genau also hier bräuchte ich 5 Spinat für grüne Farbe ja da kannst du dir eben was nehmen haben wir sowas? ja ja hier was ist Snap Dragon Plant keine Ahnung was das für eine Pflanze ist hier vor mir Spinat ach so kannst du dir jetzt einfach 5 nehmen 1 2 3 2 ach hab schon 5 da sind mehrere drin echt? mhm ich sehe 2 nur 2 höh tatsächlich schon nochmal 2 da unten ach das steckt dann so ach so ok gut so Crafting fast ja weil den Rest baue ich jetzt ab für neue Samen ja das ist gut so dann vielleicht jetzt grüne Farbe hier Blackberries habe ich ja nicht was ist das hier Painting Kit Google Eyes ach so Papier wollte ich ja auch herstellen ach so da brauche ich aber eine Papierpresse ach hei wo sollen die jetzt her zaubern die wechsle ich in meinem Garten weiß ich ja auch nicht aber die Google Eyes könnte ich vielleicht herstellen da brauche ich das Painting Kit das haben wir ja im Schrank liegen das haben wir gefunden ja das lag ja mal irgendwo rum ja nicht dass man sowas immer finden muss dann wirklich wärs ja Crafting genau bringen wir uns mal hier einen schritt weiter damit wir auch Boote bauen können ich will ja Boote kann ich schon bauen was ja ich glaube ich kann also ich kann noch nicht alles bauen weil mir noch diverse Materialien fehlen aber ein bisschen geht was so was sind denn die Google Eyes das verstehe ich nur noch nicht das verstehe ich nur noch nicht ich weiß nicht die kannst du wahrscheinlich anziehen könnte ich mir vorstellen hm ne ich kann aktuell gar nix damit ne ne naja schauen wir mal Crafting Crafting was haben wir noch Papier kann man nicht machen weil wir kein Dings haben Gabel fehlt uns das Eisen Eisen Turmeric Root haben wir sowas? sowas müssten wir haben ja ganz viel sogar glaube ich so was müssten wir haben ja ganz viel sogar glaube ich ah hier guck mal hier snapdragon das ist eine Blume ah haben wir sogar eine okay zwei sind da sogar drin und wo sind diese Wurz? die sind beim Holz ach so ich weiß nicht wir sind wohl davon ausgegangen dass das Holz ist oder sind die beim Essen weil wir dachten Wurzeln kann man ja essen ich weiß es nicht mal gucken so Spinat komplett abgebaut wow 87 Spinatsammel vier Stück aber ich brauche fünf oh hatten wir nicht mal mehr hä guck mal beim Holz hier ist noch eins dann reicht es bei Holz ist es nicht nicht? achso dann habe ich das mit irgendwas verwechselt aber dann kann ich es auf jeden Fall herstellen Crafting Thomas was ist das jetzt? Pet Rock hab ich wohl vor kurzem neu bekommen das ist ja süß kann man den dann aufstellen und das ist dann dein Haustier sozusagen wahrscheinlich so wie bei Castaway verschollen der Ball ja würde ich auch sagen Karotten da kann ich orange eine Farbe mit herstellen ja Karotten haben wir auch angepflanzt ein paar kannst du dir nehmen wobei ich hier sehe ich kann auch orange mit den Turmeric machen also es müssen nicht mit den Karotten sein ach dafür braucht man die Google Augen ah für den die Gargley Eyes aha dann mache ich das doch mal ja mach mal den Stein stellen wir den mal irgendwo auf jetzt brauche ich Stone der macht wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn dieser Stein aber ist egal wahrscheinlich nicht das wird viel Spinat aber Xahok mag ja Spinat ja schon den musst du dann aber alleine essen ja ich kann den leider nur so hinlegen mhm sehr süß sehr süß ok ok dann haben wir das auch mal gehört ja dazu ne zu unserer Entwicklung was haben wir denn hier ich bin kurzig ja ich auch rote Farbe kann ich aus Sumac Flower machen ich hätte so gedacht dass wir das irgendwo hier rein immer haben ja hau mal hier rein also damit kann ich rote Farbe herstellen ja mit der Muschel oder was? ja es ist scheinbar ne Blume weil es heißt Sumac Flower ach so ach so sauber aus wie die Muscheln ja ja dann haben wir eine Leiter oh eine Leiter da brauche ich aber Planken Planken kann ich noch nicht herstellen wo baut man die ab? am Piratenschiff ja wahrscheinlich was haben wir hier wo ist denn das? Sea Urschines Bienen keine Ahnung was es ist aber da brauche ich äh Seeigel ah kann es sein dass das die ah das sind die Stacheln vom Seeigel kann das sein mhm würde ich auch sagen dann kann man die irgendwie abmachen ih es regnet ja oh mein Gott ich mach jetzt einfach mal ein paar ab so gut was anderes kann man damit nicht machen so Crafting schauen wir mal weiter wie gesagt die Leiter kann ich nicht herstellen weil ich keine Planken herstellen kann dann könnte ich dann könnte ich also Stoff könnte ich eine Fackel herstellen aber wir haben nur keinen Stoff jetzt mal hier Stun Arrow da kann ich doch hier einen Bogen herstellen äh Pfeil jetzt herstellen einen Bogen kann ich nämlich schon herstellen aber keine Pfeil oder was ja Flax Jarn wie Flax Plant haben wir Flax Plant keine Ahnung das ist dann die Baumwolle und geschafft alle alle angebaut so sonst noch irgendwelche Samen dann Gras Samen und du trichst eine hier rein hast du gesagt vier haben wir vier haben 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 wir haben wir haben ja was ein ne drei Stück anbauen potato fern Spinach Gras 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 Stelle ich mir ziemlich übel vor weil so viele Fehlern habe ich noch nicht gesehen in dem Spiel muss ich gestehen ja im Vogelnest liegen immer wieder welche und du musst halt die Möwen töten glaube ich ah und Holz brauchen wir dafür also ich kann aus ach so das ist der für crossbow und dann ist der normale Fall dann nochmal für beide einmal so dann haben wir eigentlich so ziemlich hier schon mal alles hergestellt was wir in der Reihe herstellen können dann schauen wir doch mal hier rein Holzstück da brauchen wir ein Loch Pieces das haben wir zum Beispiel noch nicht hergestellt die zwei Samen haben wir schon hergestellt da liegen immer so einfach Samen auf der oben mal so Karotten Samen da ist mir so voll unlogisch weil Karotten haben keine Samen ja achso ne doch warte mal hä die pflanzt man Karotten an wenn man die haben möchte soll man eine Karotte anpflanzen Karotten Samen doch da kommt ja oben das Grünzeug raus muss ja irgendwie irgendwie schon ja hm also wenn man die Blümchen mit der Axt so abbaut sozusagen kriegt man auch Samen aha das hier ist Flex aha interessant ist zwar ein Stuhl aber ich hab ihn jetzt mal einfach missbraucht so was sind wir noch mehr haben wir hier nicht so dann gehen wir hier rein Pole was ist denn ein Pole eine Stange oder aha ach na dann stellen wir es her aha aha ach du scheiße das ist wahrscheinlich der Cola Ofen was Cola Ofen ja ach Kohle ja nicht Cola nicht Cola Cola haben wir 20 Heu ähm ich hab grad ein paar gepflückt aber ob wir 20 haben weiß ich nicht ok was ist das ah da kann man Leder herstellen Leder ist gut irgendwo haben wir so ein Bohrstück hier Bohr halt ach so da brauchen wir einen Tanning Rack ach du scheiße was wir alles brauchen Glass Forming Stand ach du scheiße oh darauf freue ich mich hier Market Helmet ein Helm hätte ich gern ein Helm aber das war eigentlich nicht schlecht ne ja so das ist auf jeden Fall gut hier das haben wir nämlich noch nicht das stock bestimmt sehr für den Fortschritt hier ein Spear hatten wir noch nicht ich weiß nicht das sieht aus wie ein Holzbein stellen wir auch mal her ein Gehstock was ist das hier achso ein Gehstock ja da wird da wird schon die Liste länger herrscht oh Holzschaufel Holz Pitchwalker also Gabel Eisenschaufel hier und Nails ah für das Boot braucht man überall Nägel aber nicht meine wir haben keine Nägel doch ich habe Fingernägel ja und Zehennägel die helfen uns nicht weiter ok dann ist gut die gebe ich nämlich auch nicht her so jetzt gucken wir nochmal ganz vorne ob da was noch Neues zugekommen ist ah Siegtafel was ist das hier oh ein Dummy aber man braucht für alles irgendwie mega viel Heu ok das muss irgendwie einfacher gehen Heu zu kriegen also Heu habe ich jetzt ganze fünf Stück ja das muss irgendwie einfacher gehen also Heu kriegst du wenn du vertrocknete Pflanzen mitnimmst ja schon aber wie Heu muss ja auch irgendwie anders zu produzieren gehen ja man kriegt mega viel Gras das muss man ja irgendwie ja das stimmt zu Heu verarbeiten können ja gute Frage das gilt es jetzt rauszufinden ja irgendwann nicht schlecht aber hier sowas ist schon cool aber da brauche ich überall Heu überall Heu oh was ist das was ist Kellen die nein politik ach du scheiße äh ja ok das könnte die Plattform für hä nein Quatsch was Plattform ok da geht es du hast es nicht gehört ok ok das sind alles in Blumen also ein Bogen wäre jetzt schon mal was ok ah dann macht man aber aus dem ganzen Holz hier ähm dann so ein Bogen also ein Bogen? ein Bogen? ein Bogen finde ich gut oh eine Angel ja du hast doch extra deinen Steg gebaut ja ich muss mir irgendwas einfallen lassen mit dem ganzen Zeug das ich jetzt habe ist so mega viel komisches Zeug schau mal was ist das hier? wie ist das hier? Jan Dust ach du scheiße äh ich packe ich mal hier meine ganzen Farben rein ich bin ich bin ich bin ich bin ein 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 und ich bin was ist das hier eigentlich? ach okay das ist doch nicht gut so 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 schön in die Ecke liegen kannst du den weißen an die wand fängt man kann es irgendwie nicht so drehen dass man dann die wand hängen kann ja schon ein bisschen dann wird er sich so gut machen ja ich habe auch gerade hier einige blumen grassamen besorgt und pflanze die hier sehr gut zwischen ein walking stück ach damit kann man kämpfen das spielzeug brauchen wir nicht so man bekommt zehn pfeile okay gut den löffel weiß ich ja nicht für was man löffel braucht irgendwo einsortieren kann man die fackel lassen wir nicht mal dunkel wird plötzlich wo man irgendwo ist man weiß ja nie wer ein starben nein das ist ihr schmecken habe vergessen dass ich essen muss ja schon mal vergessen essen sollte man regelmäßig so genau also was wollte ich jetzt machen die angel ja bestimmt brauchen wir noch irgendwas um angeln zu können hohoho ich habe ich den küder oder so ja wahrscheinlich was ist das hier ach so fehler oh steinschwert ah nee das ist kein schwert das ist ein pfeil so äh wo war das lock wo war das lock da da so kommen wir hier noch so ok wo war das 20 da draußen so und dann wo war die angel ich habe den sauren jetzt hingepflanzt was ist das fischchen oh Gott wie ist denn der wunderschöne wo ist denn der wunderschöne äh äh ist irgendjemand anderes ah das ist nicht kühler das ist nicht kühler ja das ist nicht kühler es regnet ein bisschen ein bisschen ein bisschen mehr start vielleicht ist es nicht das perfekte Wetter zum Angeln ja ja es stimmt du musst lauter reden sonst höre ich dich nicht ja ok hallo da drüben ja das kam aber plötzlich hört es dann wahrscheinlich an der ab wahrscheinlich ja das kam auch noch nicht 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 egal aber sturm ich mach weiter hm so muss das sein ich hätte Bogen hatten ja nicht ja haben wir jetzt schon Bogen ich habe auch keinen Bogen ich habe auch keinen Bogen ok dafür bringen wir erstmal Seile Gott sei Dank darf man Seile aus Kraft bauen Gott sei Dank ich komme jetzt mal drüben alles glitz die Pieke hat eine Arme mit ja was kann sie denn hier zum Glück getroffen werden oh Gott es liegt aber sehr so stark ich will in der Südhaus ich habe mich irgendwie angst oh ja da geht doch alles ja egal egal wieder raus scheiß drauf ich lebe ja nur einmal also egal ja oh das blitzt aber echt heftig ja oh ich glaube das wird auch laut bestimmt gehe ich jetzt ganz kurz raus und genau ich werde getroffen ich stelle mich aufs Dach ich rispie es jetzt ich will es wissen ich will es wissen ich kann mal getroffen werden ja allmächtiger Gott wenn es dich geht treff mich treff mich dann treff ich das mal so das habt ihr schon wieder gemerkt das ist die Kasse ja 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 das ist ganz gut das ist r Communist ja das ist einfach das ist einfach aber das ist ja hell genug ja ich saß da ist einfach das ist einfach ich müsste einfach das machen Ich habe mich dann gewundert, da steht Wall und dann habe ich gedacht, dass wir hier was mit Blu-Fant bauen sollten. Wieso soll man das so machen? So, ich weiß nicht, was man mit einer Piepsen machen kann. Ist das krass? Ist das hier krass? Darf ich mal piepsen? Seht doch da. Das sieht gar nicht so, was braucht man denn so. Hier ist das Pitchfall. Wie stellt man das auch für Sinn? Echt? Das kannst du da mit irgendwie... Das ist ein Bökel. Nein. Was hat es jetzt an der Pitchfall? Wir sind hier, Pfeil, Sperr, Stopp, Gang... Oh, wir haben das ja alle? Ja, zwei. Willst du auch noch einen? Ja, wir können ja in die nächste Tür gehen, die ich nicht verschwinden werde. Was? Was? Ich sagte! Oh cool, guck mal. Ich kann das jetzt hier gerade machen. Ui! Excellent! Ah! Wir haben die Ende mit der Hände. Obwohl es wächst ja auch, wo es ist. Die Hände. Ich glaube nicht. Ich komme jetzt hier. Oh. Oh! Ich komme jetzt hier. Ich komme jetzt hier. Und plötzlich quitschen die Fügel. Ja, das geht's eh schon, dann wäre wirklich das so gut. Du, Xarob, die Folge ist vorbei. Definitiv, das ist eine Tatsache, da kann man nichts dran machen. In der nächsten Folge weiter craften. Ja, ich bin aber erstmal ziemlich fertig mit Minecraften. Oh, guck mal, was für eine lange Angel ich hab. Ein Needfacing Water. Hallo. Ich kann, guck mal, ich kann... Also, ich wollte gucken, weil ich hab dich grad angesehen, da stand da ein Fishing. Und ich so, oh, ich will nicht angeln, ich angel mir einen Xialin. Nix da, ich pflanze jetzt weiter Karotten. Ja, mega nice, mein langes Ding. Werde ich nachher ins Wasser hängen. Okay, alles klar. Xarob. Was denn? Jetzt tu dich so unschuldig. Entschuldigung. Du weißt ganz genau, was du da gesagt hast. Kann sein. Was pflanzt du da eigentlich an? Karotten. Ah. Ich hab noch 64 Samen. Boah. Sehr fleißig. Ja. Was die Frau kann, macht sie. Haha. Ja, hier kann ich endlich auch mal behilflich sein in dem Spiel. Ich hätte keine Lust darauf. Ich hab grad auch keine Lust mehr. Aber irgendwie will ich sie anpflanzen. Okay. Damit sie wachsen können. Weil das coole ist ja, die Dinger wachsen ja auch so ein bisschen während man offline ist, hab ich das Gefühl. Ja, das kann sein. Ah. Was? Was? Spring niemals auf der Spitze hier von dem Ding. Ach, da steht eine Holzspitze. Ja, das tut weh. Hahaha. Wie kommt das überhaupt dahin? Ich hab das dahingestellt. Ich wollt gucken, ob's weh tut. Ach so. Ja. Und es tut weh. Okay, das heißt man kann die rotischen Zaun bauen. Aber sollte man keinen Zaun für Pferde bauen, weil dann wenn man da drüber springt, tun sie sich nur weh. Ich glaub da geht's eher um Fallen bauen. Ja. Weil wenn man drüber läuft, passiert nix. Aha. Ach so. Nur wenn du drauf hüpfst. Na gut. Also liebe Leute, war wieder eine spaßige Folge. Jawoll. Ist ein gecrafted. Hast du mich eigentlich mal gesehen? Nein. Weiß nicht. Ach hast du jetzt deinen Helm da? Ist ja süß. Du siehst voll nach Uga Uga aus. Ja, das passt doch. Ja. Gut. Uga Uga Zauber. Dann haben wir es auch geklärt. Ich glaube wir werden wahrscheinlich auch jagen müssen um vorwärts zu kommen, habe ich das Gefühl. Das kann natürlich sein. Wir brauchen Leder und so ein Zeug. Und wir müssen irgendwie mal so, irgendwie wohl so diverse Werkzeuge finden, weil diese großen Werkzeuge, so wie dieses Painting Tool, haben wir ja gefunden. Ja, meinst du das kann man gar nicht herstellen? Ich kann es nämlich jetzt immer noch nicht herstellen. Weil normalerweise war es immer so, wenn ich sowas gefunden habe, konnte ich es dann herstellen. Stimmt. Ja. Also vermute ich mal müssen wir das irgendwie finden, sowas wie eine Presse und so. Okay, dann müssen wir halt irgendwann mal die Insel weiter erkunden und ich würde sagen, wir fangen vielleicht mit der Schweine- und Ziegenjagd dann an. Ja. Schweine haben wir ja schon mal erlegt, Wolf ist ja jetzt so, ja, hm. Ich würde ja auch gerne irgendwann nochmal in die Höhle, wenn wir dann bessere Waffen und so haben, wäre das schon cool nochmal in die Höhle zu diesen komischen Wölfen da. Das ist wahr. Ja. Mehr Glowpilze. Ja. Na gut. Dann, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe es euch gefallen. Wenn es so voll ist, lasst einen kleinen Like, liebe Leute. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Jawoll. Oder? Ja. Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie da auch so. Wie auch immer. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.